Hoi, ich bin Selina und ich arbeite im zweiten Lehrjahr als Assistentin Gesundheit und Soziales und ich nehme jetzt mal mit auf meinen Alltag. Aus AGES ist vor allem sehr wichtig, dass wir die Leute aktivieren. Das ist unsere Haupttätigkeit, mit ihnen rausgehen zu spazieren, Sachen unternehmen, die ihnen vor allem wichtig sind. Wenn man diese Lehre machen will, ist es vor allem wichtig, dass man mit den Eltern arbeiten kann, vor allem mit den Leuten zu kommunizieren. Also wenn jemand schüch ist und nicht so gerne mit Leuten redet, ist das der falsche Beruf. Am liebsten beim Arbeiten pflege ich vor allem die Pflege, denn dann kommt man auch viel mit den Leuten ins Gespräch und man bekommt auch viel mit über von ihnen, was ihnen zum Beispiel auch nicht so gefällt und was sie gerne mehr von uns wünschen. Und dann können wir auch auf Wünsche eingehen. Als Beruf bin ich eigentlich gekommen, weil mir schon immer wichtig war, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Mein Wunsch war einfach immer, dass ich jemandem noch ein schönes Leben ermöglichen kann. Besonderlich am Blumenfeld ist vor allem das Team, das Kommunizieren mit dem Team. Es ist immer jemand da, wenn du Hilfe brauchst. Es kommt die Unterstützung von allen Seiten. Wenn dir dieser Einblick heute bei uns gefallen hat, dann bewirfe dich jetzt bei uns in der Stiftung Blumenfeld in Sochwil. Mann, das ist immer wieder auf Reserviert. Also, wir lassen uns in der Stiftung Blumenfeld in Sochwil. Klar, wie geht es nicht zu sein? Imzelnen. Sie werden mit der Stiftung Blumenfeld in Sochwil.